Robert Reinick, März, Ostereier Gelesen von Christopher Peters Ostern ist Morgen, nun, Grete, mach schnell, Bring uns die Eier nur hurtig zur Stell, Dass wir bemalt sie im Garten verstecken, Farbige Früchte in Büschen und Hecken. Will uns der Frühling zum Schmaus nichts besorgen, Müssen wir selber ihm Früchte schon borgen.